Hallo zusammen, heute gibt es Übungen mit Lösungen zum Thema Rechnen mit Klammern beim Addieren und Subtrahieren. Zu diesem Thema habe ich ein extra Erklärvideo gemacht, das ich euch oben rechts in diesem Video einblenden werde. Hier sind jetzt die Aufgaben, das Video kurz auf Pause klicken, die Aufgaben berechnen und in einigen Sekunden gibt es die Lösung dazu. Viel Spaß damit! Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald!